Als letzter Gast, Manfred Scholz, kann wunderbar auf hoch und platt zu klicken und von Ihnen an der Sprache keine Hegel wässeln und moderieren und die Lüten zu nacken und zu singen bringen. Er ist nämlich 26 Jahre Chorleiter West und hat viele Erfahrungen mit plattig singen und Chor dirigieren. Man ist nur seit sechs Jahren hier bei Lokalsender O1 in der, ich will mal sagen, der Drone-Profession als Moderator und Produktionsleiter von den Lokalsender. Und auch da macht er heildüchtig und platt und hoch wieder. Er nimmt also die Verpflichtung von der EU-Karte, dass die Medien, auch besonders auch das Fernsehen, mehr für plattig singen. Seilen, den nehmt ihr heil ernst und dafür sind wir um heil dankbar. Und wir begrüßen also von doch wie uns hier, ich will mal sagen, das Multitalent, Manfred Scholz und O1-Moderator und großen Knäden. Ein Applaus. Danke.